hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge das play bmg drive und wie ihr seht ist die toyota supra wieder zurück wir haben ein neues sound mod das heißt hört sich jetzt ein bisschen anders an keine ahnung ich habe nie eine super fahren hören deswegen also abgesehen von videos also ich kann nicht wirklich nicht komplett sagen ob das akkurat ist oder nicht und ich gucke nicht viele super videos und die meisten super videos die ich sehe sind von modifizierten super so keine ahnung jedenfalls wir sind auf der east coast us app hat ich mir noch muss umstellen das zweite sein was schon haben wir schon haben wir schon haben wo ist das 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 ontario genau meine lokalen kennzeichnung natürlich weil wir hier schön uns hat ja die sind nicht wirklich sehr spektakulär ist kann ich nicht so alt vielleicht sollte man schalten und ja das ist die standard sport variante die die turbo und turbos hat und so weiter und so fort man sollte vielleicht nicht die kobe war oder kommt das heck raus und da kommt das ist schon mal ein guter start wir haben gleich mal alles zerstört wie sieht der moonhawk aus genau er sieht schlecht aus hast du recht wir haben natürlich habe ich noch viele weitere zwei stimmungser variante die mal kurz auf wir wollen werden die super nach lange hatten wir schon längere zeit ich meine deswegen dachte ich mir herkomme meine kleine spritztruhe machen so die variante ich bin überall käfig spoiler und allem ein bisschen ein bisschen sportlicher und wahrscheinlich auch ein ordentlich modifizierten tue jay-z sagt ihr auf deutsch eigentlich 2jz wartet 2jz oder was hat sich ja also jetzt nicht in die deutsche sprache doch 2jz hört sich ja schon ziemlich also ist natürlich wenn man die andere tue jay-z hört sich viel geil an als boah hast du nen 2jz da drin während du auf englisch heißt bro you got a 2jz damn keine ahnung naja aber egal so unser wagen sieht aus wie neu so sehen die meisten supers momentan wahrscheinlich aus ich kann absolut heute super fahren wie ihr merkt absolut super fahren aber okay nehmen wir vielleicht mal eine variante die ich ein bisschen besser fahren kann die mir ein bisschen einfacher fällt eine drag star variante denn die ist definitiv viel einfacher zu fahren viel einfacher wird die sein so wir sind ja auch getarnt im grün das wollen wir gleich mal ändern indem wir auf ein wunderschönes pink gehen rosa meine natürlich so machen wir das sieht doch schön aus oder man kann man die lichter anmachen das nenne ich das frei mann ist vorbei aber haben wir den dings erwischt haben wir den böse erwischt den jeep ein hinteren kotflügel und die frontier bei den kotflügel abgerissen auf der linken seite aber nein nicht mein problem der seins so dann wollen wir gucken welche geschwindigkeit wir hier kommen ich muss mir hier aufpassen auf der east coast usa immer bis nicht mal alles so gut sichtbar 220 kam haben alles schon mal mal geben so polizeiwagen indem wir nur vorbei einfach gas geben ist das gute beim jack star meistens hilft einfach gas geben nicht wenn du direkt gegen irgendwas wie siehst du aus gott unser rad springt da ein bisschen ruf den haben wir echt zerfetzt den arm okay ist aber eine tolle macht also sie ist nicht hundertprozentig perfekt die sieht einfach ein bisschen ich weiß nicht ob die falsche mit hat materialien irgendwo raus neben oder so aber sieht auf jeden fall ein bisschen wenn wir mal die augen die variante auf jeden fall irgendwas irgendwas ist immer falsch aus an der mod wenn ihr wisst was ich meine guckt also vielleicht ein bisschen schon die farbselektion und wir hier ein bisschen mehr chromie darauf packen sieht er schon dabei der hat er damals sich schon irgendwas sieht einfach okay abgesehen davon dass wir absolut keine tiere gerade haben aber das soll so sein irgendwas sieht einfach falsch aus oder die belichtung irgendwie der kühler sieht zu hell aus irgendwie um was muss es trotzdem nur super mod wie sagt es nur das aussehen dass ein bisschen anders ist warum bleibst du nicht mit der straße stecken könntest du nicht sehen dass ich mit 130 ohne zu schauen hinter dir komme ich fahre von heute echt genau dem baum meinte ich absolute chaos folge gerade aber wir zerstören viele super ist also wenn ihr keine super mögt wenn ihr so team skyline seid dann ist das eine gute folge für euch an alle die super mögen so tut mir leid oh gott da kann der polizeiwagen ich glaube wir haben es aber nur an der an der tür versteht oder ich glaube es ging auch gut aus komm 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 musst du uns rat wisst niemand polizeiwagen warum hast du uns das ist doch genug chancen gegen zu lenken okay jetzt bin ich gerade sehr verwirrt der polizeiwagen aber auch das ist gut zu wissen so jetzt vorwärts dank werden wir gleich mal links und jetzt sei noch abzuhängen das dürfte mal der wagen ist auf jeden fall nicht mehr ganz heil ich soll es aber nicht davon abhalten versuchen ich bin wie so ein pin 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 ball ball pin ball ball der so hin und her zum polizei ignoriere uns wir fahren ganz normal so fährt jeder über die strafe ich bin ganz normal so bin ich auch bei der fahrschule fahren würde ich noch mal so anmerken also da so ist berliner fahrschule so kann man durch ohne probleme dann immer den schulterblick macht guckt er alles gut perfekt egal wie viele tröste die paar fahrradfahrer passiert jederzeit in berlin auf nur 1 oder 2 mehr pro tag ist doch egal oder so supra genau prasu was nun mal noch wer noch die pro drift variante das kann ich sagen das wird dann noch eine größere katastrophe enden als bisher schon entweder blutstehler ja polizei in mir so ok wir haben andere räder blaue das ist gut straße vielleicht auch mal checken so ok mal schauen also wir dürfen gerade nicht gebe ich zu obwohl es die dürfte variante ist und vielleicht können wir sie gleich eine high speed initiation machen wir links und jetzt transition polizei wagen hallo wir hätten eigentlich richtig geilen lang driften können aber polizei sagt nein polizei sagt nein leute ok da man einmal rum so polizei wagen ist wenigstens auch ordentlich abbekommen also immerhin dann dafür bezahlt dass es erstellt hat wir haben dafür bezahlt steuerzahler verdammt man gar nicht gemacht so aufpassen hier lang wollen die spiegel abfahren zu knapp genau das war unangenehm das war unangenehm ich erinnere mich ich erinnere später noch ich weiß ich mag wie der grammarsche die ganze zeit ist gar nicht hinbekommt also ich bin ja schon echt einfach zu schnappen hier gerade würde ich nur mal so anmerken aber der grammarsche schafft trotzdem jedes mal das noch schlechter zu machen was ist da gelandet viel fliegt hier gerade herum muss ich mal so anmerken ziemlich viel einmal die tür auf zur küche einmal zeitgleich dafür auch ich sollte immer noch mehr auf die straße fliegt mich nicht an warum du bist ich glaube die insekten wollen sich jetzt rächen das wird gerade eben getan hat an die du bist eine große bisschen schnake alles gut alles gut leute könnt die waffen wieder runternehmen könnt den helm absetzen die insekten kommen noch nicht um uns zu töten ist noch nichts gott so okay war nochmal polizei wagen das war knapp warte hat die motor die freundschaft also ich glaube die folge qualifiziert als mein bisher schlechtestes fahren wie man die also das ist unglaublich wie miserabel ich gerade fahre ich kriege hier einfach nix hin gebe ich zu absolut gar nichts so wir sind hier in dem städt schon mal nur einfach mal vielleicht ein bisschen hier drifts kommt schon irgendetwas müssen wir noch hinkriegen in der folge das heißt wie fahren ist es vielleicht gar nicht dann ist es sein es ist ja irgendwo eine straße nicht rein denken kann hier nur die große die große nehmen es geht doch besser wunderbar so ob das ist irgendwie hier beide habs verloren so einmal kurz da rein weil das keine straße war gegen lenken beim dürfte ja jetzt geht es doch schon mal viel besser der dings catch mich noch mal so wenn er das schaltet da aber stimmig gemacht jetzt hat er zeitpunkt geschaltet als ich dachte aber das war nur die heckschuhstange alles gut das gehört dazu gewichtsreduzierung wir sind zwischendurch 30 sekunden nicht crash okay ja vielleicht kommt schon wie die polizei auch gut der sind wir so ausgüsten so wollen wir gucken wo die straße hinführt ich habe die straße für aber nur gut das hin oder okay aha aufpassen jedenfalls führt die zu einem moonhawk und der moonhawk der moonhawk ist effektiver als die polizei uns zu stoppen muss ich noch mal so anmerken das war sogar vielleicht ganz guter mutter polizei nehmen wir fahren immer noch gleich kommt der moonhawk wieder aus dem oh gott einmal noch mal rum eine pirouette um nach konnte gar nicht aber der polizei ist gefeuert der polizei ist gefeuert so okay hier lang gang schalten unser wagen ist absolut schrott das hier läuft nicht mehr viel grand marshall äh covid moonhawk der wagen liegt halt nicht mehr richtig ein selbst jetzt konnte er sich kriegen ach mensch was machst du denn da jetzt was mache ich denn da oh was ein niederschlag okay das wird es aber mit der heutigen folge gewesen sein mit der toyota supra mod immer wieder schön immer wieder schön die supra mod wenn irgendwie eine andere mod aus der vergangenheit sehen wollt die wieder zurückkommen sollen es kann sein dass sie vielleicht nicht mehr funktionieren aber wenn ihr wohnen habt schreibt unten die commentare rein und ich bin euch bei der Zuschauer auf Kreise tschüss bis zum nächsten mal euer GcG tschau sagt tschüss bis zum nächsten mal euer GcG tschau so ich mich beschreib recht das immer falsch aussehenszeit bis dann tschau bis dann bis dann